Und in den meisten agilen Vorgehensweisen ist viel Platz eingeräumt für diese Retrospektive, für das darüber Nachdenken, für das Reflexive, was so im Team passiert ist und eben auch diese Teamprozesse beinhaltet. Also ich konnte diesen Sprint oder ich konnte diese letzten zwei Wochen gut arbeiten, weil das hat mir geholfen, dass du das und das irgendwie gemacht hast, dass die Kommunikation an der Stelle gut war, was nicht so geholfen hat, war und wir sollten damit aufhören, dass wir dieses und jenes tun. Also so diese klassischen Fragen, mit was sollten wir starten, was sollten wir aufhören, was sollten wir beibehalten. Da kannst du auf einer Metaebene über Teamprozesse sprechen, da kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, wo hakt, wo sind auch so Hindernisse im Weg des Teams und dann als Führungskraft kannst du dann dafür schauen, dass du diese Hindernisse einfach aus dem Weg räumst und wegbekommst, damit diese Leistung möglich ist. Und diese Scorecard, die erinnert mich halt die ganze Zeit so an nach innen hinein und schauen und warst du jetzt wirklich lang genug, nicht, dass das vielleicht in einer Scorecard steht, aber es ist oft dann nicht die großen Dinge, die die Leistung bringen, sondern das Fokussieren auf kleine Sachen, die wahrscheinlich zu einem großen Teil total irrelevant sind für die Frage, ob du einfach in der Lage bist, eine Leistung zu bringen und das Team voranzutreiben. Vielen Dank.